Hallo, mein Name ist Jörg Albrecht und ich bin der künstlerische Leiter von Burg Hülshoff Center for Literature. Wir bespielen mit Veranstaltungen und Ausstellungen zwei der Orte, an denen Annette von Droste zu Hülshoff gelebt hat, also eine der bekanntesten Dichterinnen des 19. Jahrhunderts. Das sind Burg Hülshoff in Haviksbeck bei Münster und das Rüschhaus in Münster. Wir gehen dabei gerne über Grenzen und das tun wir auch in dem Projekt, das wir im Rahmen des Festivals Europa-Westfalen präsentieren. Den Titel können Sie auf meinem Pullover lesen, Westphalia. Wir holen für dieses Projekt acht internationale KünstlerInnen zusammen, also KünstlerInnen aus verschiedenen Sparten der Kunst, aber auch aus verschiedenen Sprachen und das ist eigentlich auch schon das Thema. Es geht nämlich genau darum, wie wir über die Grenzen von Sprachen, über die Grenzen von Staaten und auch über die Grenzen gesellschaftlicher Gruppierungen hinausgehen können. Wir tun das mit diesen KünstlerInnen zusammen spielerisch und lustvoll, entwerfen neue Texte, die sie hören können auf Fahrradtouren, auf Busfahrten, in Wahrsager-Sessions, in unseren Gebäuden auf Burg Hülshoff und auch in der Innenstadt von Münster mit dem Westfälischen Kunstverein zusammen. Ich kann nur herzlich dazu einladen, das mit uns gemeinsam zu feiern, denn Westfalia, also das Scheitern im schönen Sinne, steht hier im Fokus und dazu eine herzliche Einladung. Westfalia.